Teil 1 Was ist richtig? Kreuzen Sie an A, B oder C, Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 1 Ach, Verzeihung, wo finde ich Herrn Schneider vom Betriebsrat? Schneider, warten Sie mal. Ich glaube, der ist in Zimmer Nummer 245. Ja, stimmt, Zimmer 245. Das ist im Erdgeschoss. Da können Sie den Aufzug hier nehmen. Erdgeschoss, Zimmer 245. Okay, vielen Dank. Ach, Verzeihung, wo finde ich Herrn Schneider vom Betriebsrat? Schneider, warten Sie mal. Ich glaube, der ist in Zimmer Nummer 245. Ja, stimmt, Zimmer 245. Das ist im Erdgeschoss. Da können Sie den Aufzug hier nehmen. Erdgeschoss, Zimmer 245. Okay, vielen Dank. Nummer 2 Wo wollen wir dieses Jahr unsere Party machen? Ich bin für eine Feier am Berge. Wir können fotografieren. Ich bin nicht dafür. Ich finde eine Party im Garten viel besser. Was denkst du? Nein, das ist total langweilig. Ich bin für eine Feier am Berge. Wir können fotografieren. Ich bin für eine Feier am Berge. Ich bin für eine Feier am Berge. Wir können fotografieren. Nummer 3 Möchtest du heute Abend mit mir in das Konzert von Dakota Johnson gehen? Gerne. Aber wann beginnt das Konzert? Ich bin ja bis um halb acht im Deutschkurs. Dann gibt es kein Problem. Die fangen um 9 Uhr an. Wollen wir uns um halb neun an der Kasse treffen? Ja, wunderbar. Dann bis heute Abend. Möchtest du heute Abend mit mir in das Konzert von Dakota Johnson gehen? Gerne. Aber wann beginnt das Konzert? Ich bin ja bis um halb acht im Deutschkurs. Dann gibt es kein Problem. Die fangen um 9 Uhr an. Wollen wir uns um halb neun an der Kasse treffen? Ja, wunderbar. Dann bis heute Abend. Nummer 4 Entschuldigen Sie bitte. Ich suche ein Kaffee heißt Mythos, vielleicht dort vorne rechts? Nein, da vorne rechts gibt es keine. Gehen Sie hier geradeaus und an der Ecke nach links. Sie müssen dann noch circa 100 Meter gehen. Da ist die Kaffee. Vielen Dank. Nummer 5 Guten Tag. Ich möchte einen Deutschkurs besuchen. Wie lange dauern Ihre Kurse? Die Sommerkurse jetzt im Juli und August zwei Wochen. Unsere normalen Kurse dauern aber drei oder vier Wochen im Juni. Gut. Ich möchte einen Sommerkurs. Im Juli oder August? Anfang Juli. Nummer 6 Hallo Anja, wir treffen uns heute Nachmittag zu Hause. Kommst du auch? Ja, gerne. Soll ich was mitbringen? Ja, gerne. Soll ich was mitbringen? Nein, das machen wir schon. Ich bringe Pizza mit und klarer Saft. Hallo Anja, wir treffen uns heute Nachmittag zu Hause. Kommst du auch? Ja, gerne. Soll ich was mitbringen? Vielleicht ein CD. Okay. Okay. Und etwas zu essen? Nein, das machen wir schon. Ich bringe Pizza mit und klarer Saft. Nummer 7 Guten Tag. Ich möchte bitte Frau Horn sprechen. Aha, na dann rufe ich nächsten Mittwoch wieder an. Da habe ich Zeit. Ach, Verzeihung. Wo finde ich Herrn Schneider? Schneider vom Betriebsrat. Schneider, warten Sie mal. Ich glaube, der ist in Zimmer Nummer 245. Ja, stimmt, Zimmer 245. Das ist im Erdgeschoss. Da können Sie den Aufzug hier nehmen. Erdgeschoss, Zimmer 245. Okay, vielen Dank. Wo wollen wir dieses Jahr unsere Party machen? Ich bin für eine Feier am Berge. Wir können fotografieren. Ich bin nicht dafür. Ich finde eine Party im Garten viel besser. Was denkst du? Nein, das ist total langweilig. Ich glaube eine Party am Pool schön. In Ordnung. Da können wir ja auch grillen. Möchtest du heute Abend mit mir in das Konzert von Dakota Johnson gehen? Gerne. Aber wann beginnt das Konzert? Ich bin ja bis um halb acht im Deutschkurs. Dann gibt es kein Problem. Die fangen um neun Uhr an. Wollen wir uns um halb neun an der Kasse treffen? Ja, wunderbar. Dann bis heute Abend. Entschuldigen Sie bitte. Ich suche ein Kafer heißt Mythos, vielleicht dort vorne rechts? Nein, da vorne rechts gibt es keine. Gehen Sie hier geradeaus und an der Ecke nach links. Sie müssen dann noch circa 100 Meter gehen. Da ist die Kafer. Vielen Dank. Guten Tag. Ich möchte einen Deutschkurs besuchen. Wie lange dauern Ihre Kurse? Die Sommerkurse jetzt im Juli und August zwei Wochen. Unsere normalen Kurse dauern aber drei oder vier Wochen im Juni. Gut. Ich möchte einen Sommerkurs. Im Juli oder August? Anfang Juli. Hallo Anja. Wir treffen uns heute Nachmittag zu Hause. Kommst du auch? Ja, gerne. Soll ich was mitbringen? Vielleicht ein CD? Okay. Und etwas zu essen? Nein, das machen wir schon. Ich bringe Pizza mit und klarer Saft. Guten Tag. Ich möchte bitte Frau Horn sprechen. Frau Horn ist leider nicht im Büro. Sie ist von Mittwoch bis Freitag im Urlaub. Aber am Montag kommt sie aus dem Urlaub zurück. Ab 8 Uhr ist sie im Büro. Aha, na dann rufe ich nächsten Mittwoch wieder an. Da habe ich Zeit. Achtung. Bugünkü Dersen ist Almanca. Sayularla başlıyoruz. Gerisi çocuk oyunca. 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4. Sayen sei mag Almanca das Schirr yazmak gibi dir. Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 1. Entschuldige mich. Anja, hast du eine Uhr? Ja, ich habe. Es ist eine neue Uhr. Es ist elektronisch und kostet nur 20. sehr billig. Es ist sehr schön. Wie spät ist es? Was? Ich weiß es nicht. Es funktioniert nicht richtig, aber meine Uhr zeigt halb 9 Uhr. Entschuldige mich. Anja, hast du eine Uhr? Ja, ich habe. Es ist eine neue Uhr. Es ist elektronisch und kostet nur 20. sehr billig. Es ist sehr schön. Wie spät ist es? Ich weiß es nicht. Es funktioniert nicht richtig, aber meine Uhr zeigt halb 9 Uhr. Nummer 2. Hallo, ich heiße Lena. Guten Abend Lena. Ich bin Markus. Woher bist du? Ich komme aus New York. Ich bin Amerikaner und ich lebe in Deutschland. Und wo arbeitest du? Hallo, ich heiße Lena. Guten Abend Lena. Ich bin Markus. Woher bist du? Ich komme aus New York. Ich bin Amerikaner und ich lebe in Deutschland. Und wo arbeitest du? Ich arbeite in München. Es dauert 30 Minuten, um vom Rosenheim zu kommen. Nummer 3. Guten Tag, Herr Doktor. Guten Tag. Ich bin seit ein paar Tagen erkälten. Was soll ich tun? Was dein Kopf oder Körper weh? Nein, mein Hals schmerzt viel, hier. Guten Tag, Herr Doktor. Guten Tag. Ich bin seit ein paar Tagen erkälten. Was soll ich tun? Was dein Kopf oder Körper weh? Nein, mein Hals schmerzt viel, hier. Du sollst diese Tablette einnehmen. Ich gebe dir ein Rezept. Mach dich wieder gesund. Nummer 4. Guten Tag. Ich möchte nach Universität fahren. Gibt es einen Bus zu der Universität? Jetzt. Wann möchten Sie fahren? Jetzt. Ich habe nur eine Stunde. Du vermissen die letzten Bus zu der Universität und Taxi ist teuer. Bitte nehmen Sie die U-Bahn. Nummer 5. Nummer 5. Nummer 5. Guten Tag. Wie kann ich dir helfen? Guten Tag. Ich möchte ein Kleid kaufen. Ja. Wir haben neu Pullover, modisch T-Shirt und sehr schön Rock. Ich habe viele Pullover und bald geht der Winter zu Ende. Ich denke Rock ist besser Möglichkeit. Ich brauche kein T-Shirt. T-Shirt mag ich nicht. Nummer 8. Nummer 5. Nummer 6. Ich denke Rock ist besser Möglichkeit, ich brauche kein T-Shirt. T-Shirt mag ich nicht. Nummer 6 Ich habe viel Hunger. Was möchtest du essen? Pizza, Salat oder Fisch? Fisch mag ich nicht und Salat schmeckt schlecht. Ich möchte ein Pizza essen. Was ist mit Ihnen? Ich nehme der Salat. Es ist gut für Gesundheit. Ich habe viel Hunger. Was möchtest du essen? Pizza, Salat oder Fisch? Fisch mag ich nicht und Salat schmeckt schlecht. Ich möchte ein Pizza essen. Was ist mit Ihnen? Ich nehme der Salat. Es ist gut für Gesundheit. Entschuldige mich, Anja. Hast du eine Uhr? Ja, ich habe. Es ist eine neue Uhr. Es ist elektronisch und kostet nur 20. sehr billig. Es ist sehr schön. Wie spät ist es? Ich weiß es nicht. Es funktioniert nicht richtig, aber meine Uhr zeigt halb neun Uhr. Hallo. Ich heiße Lena. Guten Abend, Lena. Ich bin Markus. Woher bist du? Ich komme aus New York. Ich bin Amerikaner und ich lebe in Deutschland. Und wo arbeitest du? Ich arbeite in München. Es dauert 30 Minuten, um vom Rosenheim zu kommen. Guten Tag, Herr Doktor. Guten Tag. Ich bin seit ein paar Tagen erkälten. Was soll ich tun? Was dein Kopf oder Körper weh? Nein, mein Hals schmerzt viel, hier. Du sollst diese Tablette einnehmen. Ich gebe dir ein Rezept. Mach dich wieder gesund. Guten Tag. Ich möchte nach Universität fahren. Gibt es einen Bus zu der Universität? Wann möchten Sie fahren? Jetzt. Ich habe nur eine Stunde. Du vermissen die letzten Bus zu der Universität und Taxi ist teuer. Bitte nehmen Sie die U-Bahn. Guten Tag. Wie kann ich dir helfen? Guten Tag. Ich möchte ein Kleid kaufen. Ja. Wir haben neu Pullover, modisch T-Shirt und sehr schön Rock. Ich habe viele Pullover und bald geht der Winter zu Ende. Ich denke Rock ist besser Möglichkeit. Ich brauche kein T-Shirt. T-Shirt mag ich nicht. Ich habe viel Hunger. Was möchtest du essen? Pizza, Salat oder Fisch? Fisch mag ich nicht und Salat schmeckt schlecht. Ich möchte ein Pizza essen. Was ist mit Ihnen? Ich nehme dir Salat. Es ist gut für Gesundheit. Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 1. Guten Tag, Frau. Was möchten Sie bestellen? Hier ist das Menu. Ich habe groß Hunger. Gestern habe ich Salat, heute ich denke über Fisch. Wir haben frische Gemüse. Ich empfehle ein leckeres Gemüse-Pizza. Ja, das nehme ich. Schnell, bitte, weil ich hungrig bin. Guten Tag, Frau. Was möchten Sie bestellen? Hier ist das Menu. Ich habe groß Hunger. Gestern habe ich Salat, heute ich denke über Fisch. Wir haben frische Gemüse. Ich empfehle ein leckeres Gemüse-Pizza. Ja, das nehme ich. Schnell, bitte, weil ich hungrig bin. Nummer 2. Guten Tag, meine Dame. Womit kann ich Ihnen helfen? Guten Tag zu Ihnen auch, Frau. Sagen Sie bitte, was für eine Kuchen bestellen. Erzähl mir von dem Preis des Kuchens. Dann werde ich sagen das Schokolade-Kuchen. 15 Euro ein Kilo. Pineapple-Kuchen kostet 10 Euro ein Kilo. Endlich über Spezialität Mix-Obst-Kuchen. Ich werde gerne Mix-Obst-Kuchen nehmen. Guten Tag, meine Dame. Womit kann ich Ihnen helfen? Guten Tag zu Ihnen auch, Frau. Sagen Sie bitte, was für eine Kuchen bestellen. Erzähl mir von dem Preis des Kuchens. Dann werde ich sagen das Schokolade-Kuchen. 15 Euro ein Kilo. Pineapple-Kuchen kostet 10 Euro ein Kilo. Endlich über Spezialität Mix-Obst-Kuchen. Ich werde gerne Mix-Obst-Kuchen nehmen. Nummer 3. Entschuldigen Sie, Frau, können Sie mir sagen um wie viel Uhr der nächste Bus nach Berlin wegfährt? Ja, um 2 Uhr. Gebe ich Ihnen ein Ticket? Sicher, danke. Welche Klassenkarten Sie wollen? 1. Klasse, 2. Klasse oder 3. Klasse? Eine 1. Klasse bitte. Entschuldigen Sie, Frau, können Sie mir sagen um wie viel Uhr der nächste Bus nach Berlin wegfährt? Ja, um 2 Uhr. Gebe ich Ihnen ein Ticket? Sicher, danke. Welche Klassenkarten Sie wollen? 1. Klasse, 2. Klasse oder 3. Klasse? Eine 1. Klasse bitte. Nummer 4. Hallo, wie geht's? Was bereiten wir heute zum Essen vor? Heute haben wir Gemüse-Suppe. Heute haben wir Gemüse-Suppe. Wurst mit Gemüse zum Frühstück und Fisch mit Reise zum Abendessen. Weißt du, wie man das kocht? Nummer 5. Nein, aber ich kann dir helfen. Hallo, wie geht's? Was bereiten wir heute zum Essen vor? Heute haben wir Gemüse-Suppe. Wurst mit Gemüse zum Frühstück und Fisch mit Reise zum Abendessen. Weißt du, wie man das kocht? Nein, aber ich kann dir helfen. Nummer 5. Guten Abend, haben Sie freie Zimmer? Ja, was für ein Zimmer möchten Sie? Ich brauche ein Einzelzimmer für drei Tage. Es kostet 120 Euro für drei Tage, 40 Euro pro Tag und 15 Euro extra zum Frühstück. Geben Sie mir bitte Ihren Personalausweis. Guten Abend, haben Sie freie Zimmer? Ja, was für ein Zimmer möchten Sie? Ich brauche ein Einzelzimmer für drei Tage. Es kostet 120 Euro für drei Tage, 40 Euro pro Tag und 15 Euro extra zum Frühstück. Geben Sie mir bitte Ihren Personalausweis. Nummer 6. Es ist so langweilig, was machst du diese Woche? Ich mache meine Büroarbeit von Montag bis Mittwoch. Am Donnerstag möchte ich Kamera kaufen. Ich liebe fotografieren. Dann am Freitag mache ich Ausflug nach Berlin. Wirst du mit mir kommen? Nein, ich bin nicht interessiert. Es ist so langweilig. Es ist so langweilig, was machst du diese Woche? Ich mache meine Büroarbeit von Montag bis Mittwoch. Am Donnerstag möchte ich Kamera kaufen. Ich liebe fotografieren. Dann am Freitag mache ich Ausflug nach Berlin. Wirst du mit mir kommen? Nein, ich bin nicht interessiert. Guten Tag, Frau. Was möchten Sie bestellen? Hier ist das Menu. Ich habe groß Hunger. Gestern habe ich Salat, heute ich denke über Fisch. Wir haben frische Gemüse. Ich empfehle ein leckeres Gemüsepizza. Ja, das nehme ich. Schnell, bitte, weil ich hungrig bin. Guten Tag, meine Dame. Womit kann ich Ihnen helfen? Guten Tag zu Ihnen auch, Frau. Sagen Sie bitte, was für eine Kuchen bestellen. Erzähl mir von dem Preis des Kuchens. Dann werde ich sagen das Schokoladekuchen. 15 Euro ein Kilo. Pineapplekuchen kostet 10 Euro ein Kilo. Endlich über Spezialität Mixobstkuchen. Ich werde gerne Mixobstkuchen nehmen. Entschuldigen Sie, Frau, können Sie mir sagen um wie viel Uhr der nächste Bus nach Berlin wegfährt? Ja, um zwei Uhr. Gebe ich Ihnen ein Ticket? Sicher, danke. Welche Klassenkarten Sie wollen? Erste Klasse, zweite Klasse oder dritte Klasse? Eine erste Klasse, bitte. Hallo, wie geht's? Was bereiten wir heute zum Essen vor? Heute haben wir Gemüsesuppe. Wurst mit Gemüse zum Frühstück und Fisch mit Reise zum Abendessen. Weißt du, wie man das kocht? Nein, aber ich kann dir helfen. Guten Abend, haben Sie freie Zimmer? Ja, was für ein Zimmer möchten Sie? Ich brauche ein Einzelzimmer für drei Tage. Es kostet 120 Euro für drei Tage, 40 Euro pro Tag und 15 Euro extra zum Frühstück. Geben Sie mir bitte Ihren Personalausweis. Es ist so langweilig. Was machst du diese Woche? Ich mache meine Büroarbeit von Montag bis Mittwoch. Am Donnerstag möchte ich Kamera kaufen. Ich liebe fotografieren. Dann am Freitag mache ich Ausflug nach Berlin. Wirst du mit mir kommen? Nein, ich bin nicht interessiert. Achtung, bugünkü Dersimiz Almanca. Sayularla başlıyoruz. Gerisi çocuk oyunca. 1, 1, 2, 3, 4, 4, Sayisheimat Almanca das Schirr yazmak gibi dir. Teil 1, was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C, Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 1, was ist richtig? Hallo, Eva. Was meinst du, hast du Lust heute ins Kino zu gehen? Hallo, Anna. Gibt es einen schönen Film? Ich habe bei Marius über eine frisch ausgelassen romantische Am Sonntag gehört. Heute zeigen Sie sehr Komödie Film und am Donnerstag dort ist Karikatur Film. Gehen wir? Wir gehen, sowieso habe ich nichts zu tun und ich will nicht allein zu Hause bleiben. Hallo, Eva. Was meinst du, hast du Lust heute ins Kino zu gehen? Hallo, Anna. Gibt es einen schönen Film? Ich habe bei Marius über eine frisch ausgelassen romantische Am Sonntag gehört. Heute zeigen Sie sehr Komödie Film und am Donnerstag dort ist Karikatur Film. Gehen wir? Wir gehen, sowieso habe ich nichts zu tun und ich will nicht allein zu Hause bleiben. Nummer 2, was ist richtig? Es interessiert mich ein vollständiges Packet ans Meer, im Ausland in 1000 Euro. Was empfehlen Sie mir? Sehr gut, ich habe das perfekt Angebot für Ihnen. Das neueste 7 Tage in Spanien, auf Costa Bavaria. Transport mit dem Flug mit der 1. Klasse für nur 900 Euro. Ein anderer Ort ist Miami. In 4 Stern Hotel. Das Hotel hat ein äußeres Schwimmbassant, Spa, Fitnessall, alle M 950 Euro. Was meinen Sie? Perfekt, ich mag Miami. Wie kann ich bezahlen für Miami Trip? Es interessiert mich ein vollständiges Packet ans Meer, im Ausland in 1000 Euro. Was empfehlen Sie mir? Sehr gut, ich habe das perfekt Angebot für Ihnen. Das neueste 7 Tage in Spanien, auf Costa Bavaria. Transport mit dem Flug mit der 1. Klasse für nur 900 Euro. Ein anderer Ort ist Miami. In 4 Stern Hotel. Das Hotel hat ein äußeres Schwimmbassant, Spa, Fitnessall, alle M 950 Euro. Was meinen Sie? Perfekt, ich mag Miami. Wie kann ich bezahlen für Miami Trip? Nummer 3 Weißt du, wo es hier Schuss gibt? Oh, das weiß ich auch nicht. Aber sehen wir einmal auf die Information, Männermode gibt es im dritten Stock, Damenmode im ersten. Hier im zweiten Stock findest du Schuss. Weißt du, wo es hier Schuss gibt? Oh, das weiß ich auch nicht. Aber sehen wir einmal auf die Information, Männermode gibt es im dritten Stock, Damenmode im ersten. Hier im zweiten Stock findest du Schuss. Nummer 4 Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich möchte ein Auto kaufen in schwarz. Leider sind schwarze Auto ausverkauft. Dort wartet auf schwarzes Auto. Aber weißes Auto sind im Angebot. Ja, aber die Farbe gefällt mir nicht. Wir haben auch noch orange. Wir haben auch noch orange Autos. Wir haben auch noch orange Autos. Ja, aber schwarz ist mein Lieblingsfarbe. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen? Ja, ich möchte ein Auto kaufen in schwarz. Leider sind schwarze Auto ausverkauft. Dort wartet auf schwarzes Auto. Aber weißes Auto sind im Angebote. Ja, aber die Farbe gefällt mir nicht. Wir haben auch noch orange Autos. Ja, aber schwarz ist mein Lieblingsfarbe. Nummer 5 Guten Tag. Mein Name ist Emmanuelle Vaugier. Ich habe Verkaufsbericht. Ich brauche einen Termin mit CEO. Geht es um 10 Uhr? Nein, um 10 Uhr haben wir keinen Termin mehr frei. Können Sie um 15 Uhr oder auch 17 Uhr? Um 17 Uhr passt mir gut. Dann um 17 Uhr. Auf Wiederhören. Guten Tag. Mein Name ist Emmanuelle Vaugier. Ich habe Verkaufsbericht. Ich brauche einen Termin mit CEO. Geht es um 10 Uhr? Nein, um 10 Uhr haben wir keinen Termin mehr frei. Können Sie um 15 Uhr oder auch 17 Uhr? Um 17 Uhr passt mir gut. Dann um 17 Uhr. Auf Wiederhören. Hallo, Eva. Was meinst du, hast du Lust heute ins Kino zu gehen? Hallo, Anna. Gibt es einen schönen Film? Ich habe bei Marius über eine frisch ausgelassen romantische Am Sonntag gehört. Heute zeigen sie sehr Komödie Film und am Donnerstag dort ist Karikatur Film. Gehen wir? Wir gehen, sowieso habe ich nichts zu tun, und ich will nicht allein zu Hause bleiben. Es interessiert mich ein vollständiges Packet ans Meer, im Ausland in 1000 Euro. Was empfehlen Sie mir? Sehr gut, ich habe das perfekte Angebot für Ihnen. Das neueste 7 Tage in Spanien, auf Costa Bavaria. Transport mit dem Flug mit der 1. Klasse für nur 900 Euro. Ein anderer Ort ist Miami. In 4 Stern Hotel. Das Hotel hat ein äußeres Schwimmbassant, Spa, Fitnessal, alle M 950 Euro. Was meinen Sie? Perfekt, ich mag Miami. Wie kann ich bezahlen für Miami Trip? Weißt du, wo es hier Schuhe gibt? Oh, das weiß ich auch nicht. Aber sehen wir einmal auf die Information, Männermode gibt es im dritten Stock, Damenmode im ersten. Hier im zweiten Stock findest du Schuhe. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich möchte ein Auto kaufen in schwarz. Leider sind schwarze Auto ausverkauft. Dort wartet auf schwarzes Auto. Aber weißes Auto sind im Angebote. Ja, aber die Farbe gefällt mir nicht. Wir haben auch noch orange Autos. Ja, aber schwarz ist mein Lieblingsfarbe. Guten Tag. Mein Name ist Emmanuelle Vaugier. Ich habe Verkaufsbericht. Ich brauche einen Termin mit CEO. Geht es um 10 Uhr? Nein, um 10 Uhr haben wir keinen Termin mehr frei. Können Sie um 15 Uhr oder auch 17 Uhr? Um 17 Uhr passt mir gut. Dann um 17 Uhr. Auf Wiederhören. Teil 1 Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C, Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 1 Hallo, hast du Durst? Was möchtest du trinken? Einen Tee oder möchtest du kalten Orangensaft? Ich mag Tee, aber ich habe heute schon so viel Tee getrunken. Gib mir bitte einen Orangensaft. Oder ein Bier? Ja, das Bier ist besser. Ein Orangensaft vielleicht später. Nummer 2 Niko, ich gehe schnell einkaufen. Was möchtest du zum Abendessen? Ich denke, die Nudeln mit Garnelen. Soll ich auch Käse kaufen? Niko, ich gehe schnell einkaufen. Was möchtest du zum Abendessen? Niko, ich denke, die Nudeln mit Garnelen. Soll ich auch Käse kaufen? Nein, Käse mag ich nicht. Aber vielleicht kannst du ein Paket Spaghetti kaufen. Das wäre super. Nein, Käse mag ich nicht. Aber vielleicht kannst du ein Paket Spaghetti kaufen. Das wäre super. Gut, dann gehe ich zum Supermarkt. Nummer 3 Hallo, John, ich habe gehört, du hast ein neues Auto. Wann ziehst du um? Ich bin nicht in Stadt bis Montag, aber ich kann schon am Mittwoch zurückkommen. Das ist toll. Dann hast du viel Zeit. Hallo, John, ich habe gehört, du hast ein neues Auto. Wann ziehst du um? Nummer 4 Nummer 4 Wendi, wann wollen wir uns treffen? Kannst du am nächsten Mittwoch? Nein, am nächsten Mittwoch geht es leider nicht. Ich habe viel Arbeit im Büro. Und hast du am Freitag Zeit? Ja, am Freitagmorgen habe ich einen Termin beim Arzt. Ich kann am ab 7 Uhr abends. Wendi, wann wollen wir uns treffen? Wendi, wann wollen wir uns treffen? Kannst du am nächsten Mittwoch? Nein, am nächsten Mittwoch geht es leider nicht. Ich habe viel Arbeit im Büro. Und hast du am Freitag Zeit? Ja, am Freitagmorgen habe ich einen Termin beim Arzt. Ich kann am ab 7 Uhr abends. Nummer 5 Guten Tag, ich suche einen Bahnhof. Das ist ganz einfach. Fahren Sie geradeaus und biegen Sie nicht links und rechts ab. Da ist ein Bahnhof. Guten Tag, ich suche einen Bahnhof. Hallo, hast du Durst? Was möchtest du trinken? Einen Tee oder möchtest du kalten Orangensaft? Ich mag Tee, aber ich habe heute schon so viel Tee getrunken. Gib mir bitte einen Orangensaft. Oder ein Bier? Ja, das Bier ist besser. Ein Orangensaft vielleicht später. Nico, ich gehe schnell einkaufen. Was möchtest du zum Abendessen? Ich denke, die Nudeln mit Garnelen. Soll ich auch Käse kaufen? Nein, Käse mag ich nicht. Aber vielleicht kannst du ein Paket Spaghetti kaufen. Das wäre super. Gut, dann gehe ich zum Supermarkt. Hallo, John, ich habe gehört, du hast ein neues Auto. Wann ziehst du um? Ich bin nicht in Stadt bis Montag, aber ich kann schon am Mittwoch zurückkommen. Das ist toll. Dann hast du viel Zeit. Wendy, wann wollen wir uns treffen? Kannst du am nächsten Mittwoch? Nein, am nächsten Mittwoch geht es leider nicht. Ich habe viel Arbeit im Büro. Und hast du am Freitag Zeit? Ja, am Freitagmorgen habe ich einen Termin beim Arzt. Ich kann am ab 7 Uhr abends. Guten Tag, ich suche einen Bahnhof. Das ist ganz einfach. Fahren Sie geradeaus und biegen Sie nicht links und rechts ab. Da ist ein Bahnhof. Achtung, bugünkü Dersim ist Almanca. Sayularla başlıyoruz, gerisi çocuk oyunca. Bir, ein, iki, zwei, üç, drei, dört, vier, say es sei mag Almanca das hier yazmak gibi dir. Teil 1 Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C, Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 1 Entschuldige, was kostet das Auto jetzt? Da steht 20% billiger. Ja, einen Moment bitte. Ja, einen Moment bitte. 2500. Wir haben eine gutes Angebote. Nur heute kostet es 2200 Euro. Wunderbar, den nehme ich. Entschuldige, was kostet das Auto jetzt? Da steht 20% billiger. Ja, einen Moment bitte. 2500. Wir haben eine gutes Angebote. Nur heute kostet es 2200 Euro. Wunderbar, den nehme ich. Nummer 2 Was wünschen Sie bitte? Ich hätte gerne der Fisch. Ich hätte gerne der Fisch. Es tut mir leid. Die Fisch ist leider aus, aber die Suppe kann ich Ihnen empfehlen. Nein danke, gestern habe ich Suppe. Heute möchte ich die Pommes essen. Ja, bitte bringen Sie die Pommes. Nummer 3 Was wünschen Sie bitte? Ich hätte gerne der Fisch. Es tut mir leid. Die Fisch ist leider aus, aber die Suppe kann ich Ihnen empfehlen. Nein danke, gestern habe ich Suppe. Heute möchte ich die Pommes essen. Ja, bitte bringen Sie die Pommes. Nummer 3 Ach, entschuldigen Sie, wie komme ich zum Alexanderplatz? TU Bahn von Gleis Nummer 5 ist gestrichen. Wir sind auf Gleis Nummer 1. Da gehen Sie hier rechts um die Schalter und nehmen Sie die U-Bahn von Gleis Nummer 3. Von Gleis Nummer 3, danke. Ach, entschuldigen Sie, wie komme ich zum Alexanderplatz? TU Bahn von Gleis Nummer 5 ist gestrichen. Wir sind auf Gleis Nummer 1. Da gehen Sie hier rechts um die Schalter und nehmen Sie die U-Bahn von Gleis Nummer 3. Von Gleis Nummer 3, danke. Nummer 4. Nummer 4. Nummer 4. Guten Morgen, Herr Muller, so früh schon bei der Arbeit? Ja, ich habe noch viel zu tun. Morgen fahre ich doch für eine Woche weg. Ach ja, wohin fahren Sie denn? Zu deinen Verwandten? Nein, zu meinen Freund nach Indien. Nummer 5. Nummer 5. Wie spät ist es? Jetzt ist es gleich sechs. Warum? Ich habe Deutschunterricht um 7 Uhr und danach muss ich meine Aufgaben bis 10 Uhr machen. Sie haben einen sehr vollen Terminkalender. Werden Sie nicht müde? Wie spät ist es? Jetzt ist es gleich sechs. Warum? Ich habe Deutschunterricht um 7 Uhr und danach muss ich meine Aufgaben bis 10 Uhr machen. Sie haben einen sehr vollen Terminkalender. Werden Sie nicht müde? Entschuldige, was kostet das Auto jetzt? Da steht 20% billiger. Ja, einen Moment bitte. 2500. Wir haben eine Gutes Angebote. Nur heute kostet es 2200 Euro. Wunderbar, den nehme ich. Was wünschen Sie bitte? Ich hätte gerne der Fisch. Es tut mir leid. Die Fisch ist leider aus, aber die Suppe kann ich Ihnen empfehlen. Nein danke, gestern habe ich Suppe. Heute möchte ich die Pommes essen. Ja, bitte bringen Sie die Pommes. Ach, entschuldigen Sie, wie komme ich zum Alexanderplatz? TU-Bahn von Gleis Nummer 5 ist gestrichen. Wir sind auf Gleis Nummer 1. Da gehen Sie hier rechts um die Schalter und nehme Sie die U-Bahn von Gleis Nummer 3. Von Gleis Nummer 3, danke. Guten Morgen, Herr Muller, so früh schon bei der Arbeit? Ja, ich habe noch viel zu tun. Morgen fahre ich doch für eine Woche weg. Ach ja, wohin fahren Sie denn? Zu deinen Verwandten? Nein, zu meinen Freund nach Indien. Wie spät ist es? Jetzt ist es gleich sechs, warum? Ich habe Deutschunterricht um sieben Uhr und danach muss ich meine Aufgaben bis zehn Uhr machen. Sie haben einen sehr vollen Terminkalender. Werden Sie nicht müde? Teil 1, was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C, Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 1. Hallo Petra, ich bin Nora. Ich möchte heute mit dir Radfahren gehen. Hast du Lust? Nein, heute kann ich nicht. Wir können schwimmen gehen. Das tut mir wirklich leid. Heute kommt mein Bruder aus dem Ausland und da muss ich zu Hause bleiben. Familie feiern. Vielleicht klappt es ja mit dem Schwimmen nächste Dienstag. Hallo Petra, ich bin Nora. Ich möchte heute mit dir Radfahren gehen. Hast du Lust? Nein, heute kann ich nicht. Wir können schwimmen gehen. Das tut mir wirklich leid. Heute kommt mein Bruder aus dem Ausland und da muss ich zu Hause bleiben. Familie feiern. Vielleicht klappt es ja mit dem Schwimmen nächste Dienstag. Nummer 2. Hallo Alex, Manuel hier. Eine Frage, du gehst doch auch zu Monas Party. Ja, ich freue mich darüber. Ja, ich habe gehört, dass sie mit dem Bus fahren. Möchtest du mit mir fahren? Ich fahre mit dem Auto, nicht meinem Fahrrad. Das ist eine gute Idee. Hallo Alex, Manuel hier. Eine Frage, du gehst doch auch zu Monas Party. Ja, ich freue mich darüber. Ich habe gehört, dass sie mit dem Bus fahren. Möchtest du mit mir fahren? Ich fahre mit dem Auto, nicht meinem Fahrrad. Das ist eine gute Idee. Nummer 3. Hallo Jana, hier spricht Paul. Wir haben doch morgen in der Musikschule ein Konzert. Wann kommst du? Ich komme um 18 Uhr, aber wo ist die Musikschule? Die Musikschule ist direkt am Marktplatz. Bitte nehmen Sie die Bus zum von Bahnhof. Nummer 4. Hallo Julia. Hallo Tom. Treffen wir uns am Freitag? Nein, ich habe keine Zeit. Anja und Paul kommt am Freitag. Wir haben ein Projekt und muss es bis Montag abschließen. Können wir uns am Mittwoch treffen? Ja, warum nicht? Dann telefonieren wir noch einmal. Hallo Julia. Hallo Julia. Hallo Tom. Treffen wir uns am Freitag? Nein, ich habe keine Zeit. Anja und Paul kommt am Freitag. Wir haben ein Projekt und muss es bis Montag abschließen. Können wir uns am Mittwoch treffen? Ja, warum nicht? Dann telefonieren wir noch einmal. Nummer 5. Verzeihung. Ich bin neu in der Stadt. Ist das hier Bibliothek? Nein, das ist Fitnessclub. Nein, das ist Fitnessclub. Gehen Sie die nächste Straße nach links bis zum Schwimmbad. Die Bibliothek ist direkt neben dem Schwimmbad. Verzeihung. Ich bin neu in der Stadt. Ist das hier Bibliothek? Nein, das ist Fitnessclub. Gehen Sie die nächste Straße nach links bis zum Schwimmbad. Die Bibliothek ist direkt neben dem Schwimmbad. Hallo Petra, ich bin Nora. Ich möchte heute mit dir Radfahren gehen. Hast du Lust? Nein, heute kann ich nicht. Wir können schwimmen gehen. Das tut mir wirklich leid. Heute kommt mein Bruder aus dem Ausland und da muss ich zu Hause bleiben. Familie feiern. Vielleicht klappt es ja mit dem Schwimmen nächste Dienstag. Hallo Alex, Manuel hier. Eine Frage, du gehst doch auch zu Monas Party. Ja, ich freue mich darüber. Ich habe gehört, dass sie mit dem Bus fahren. Möchtest du mit mir fahren? Ich fahre mit dem Auto, nicht meinem Fahrrad. Das ist eine gute Idee. Hallo Jana, hier spricht Paul. Wir haben doch morgen in der Musikschule ein Konzert. Wann kommst du? Ich komme um 18 Uhr, aber wo ist die Musikschule? Die Musikschule ist direkt am Marktplatz. Bitte nehmen Sie die Bus zum von Bahnhof. Hallo, Julia. Hallo, Tom. Treffen wir uns am Freitag? Nein, ich habe keine Zeit. Anja und Paul kommt am Freitag. Wir haben ein Projekt und muss es bis Montag abschließen. Können wir uns am Mittwoch treffen? Ja, warum nicht? Dann telefonieren wir noch einmal. Verzeihung. Ich bin neu in der Stadt. Ist das hier Bibliothek? Nein, das ist Fitness Club. Gehen Sie die nächste Straße nach links bis zum Schwimmbad. Die Bibliothek ist direkt neben dem Schwimmbad. Drei